Ich sagte nur, ich dödel hätte das ja noch vor der Pause machen können. Egal. Hallo? Diesmal bin ich nicht gemutet. Ne, 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 keine Tricks. Keine Tricks. Stream-Neustart? Hallo? Ja, ja, lügen darf man nicht sagen, Kura. So, Meldname. Kartoffelsalat. Gut, dass das Passwort sichtbar ist. So, Vink, Vink. Vink. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wollte aber noch nicht rein. Ich wollte auch die Welt nur erschaffen. Raft ist eines der geilsten Games. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo ist denn die Alte jetzt? Hat er nicht gesagt. Die Pferde sehen auch das Kind ans Bett, das stimmt. Tritt halb meine Gefühle. Bis zum nächsten Mal. Ich werde morgen erst erfahren, ob und wann. Hey Ping! Ob und wann der Monitor kommt. Also ob und wann er verschickt wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bing, wie geht's dir? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich fühle mich geehrt. Für Valorant und Kartoffelsalat und Valorant und Dente. Danke für zwei Geld. Ich warte nur auf die alte Frau, bis sie mit ihrem Rollator hier angekommen ist. Ich warte nur auf die Frau, bis sie mit ihrem Rollator hier angekommen ist. Da-dum, 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 da-dum. Da-dum, da-dum. Da-dum, da-dum. Da-dum, da-dum. Ich habe so, ich schiebe irgendwie voll die Filme. Da-dum, da-dum, da-dum. Dann drücke ich mal die Daumen, da ich bald wieder geht. Da-dum, da-dum, da-dum. Da-dum. Da-dum, da-dum, da-dum. glüte blüte 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 Böööööööööööön! 8 minuten boot time glaube ich muss meine festplatte auf ihre letzte reise begleiten 8 minuten boot time was ich das für dings das ist wie eine festplatte 8 minuten boot time super slow drive super slow drive so Bis zum nächsten Mal. Und... Ich würde sagen, sie geht auf Klo und ist dann ready. Ich würde sagen, sie geht auf Klo. Okay, okay, okay. 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 Ich kann mir wieder Schuhe verkaufen. Hallo. Ey, warte mal. ich musste ich glaube ich lauter machen und ich glaube ich muss sich auch im stream noch einschalten hast du den fernseher gott sei dank jetzt sagt mal ob wir laut genug ist uns muss ich so lauter oder leiser stellen für euch traut sich nicht mehr traut sie nicht so ich schreibe jetzt erstmal das passwort die nachricht soll ja keiner sehen ist lauter geht noch okay warte mache ich so lauter geht nicht sonst muss es schreien das kind der gleich wieder wach ist also geht nicht augen auf genau ob sie jetzt ja habe ich nicht wirklich gefragt ja wir haben sie aber gestern auch drüber kommt jetzt kommt jetzt rein ja listen nutzen wie abgesprochen oder also eigentlich nicht abgesprochen aber eigentlich nicht abgesprochen aber wenn sie wollen wenn sie wollen durch erfragen was ist der story hintergrund zu dem spiel wieso ist man auf dem floß da würde ich jetzt spoilern weil darum geht es ja das rauszufinden in dem spiel das ist ja quasi das ziel warum sind wir hier auf dem floß warum ist hier überall nur wasser muss ich dich eigentlich einladen ich habe deine menschen unten okay das gut ich bin noch nicht so schnell weiß doch im alter ist das so ein kind ist ja ach scheiße warte mal hallo du bist ein mann ja ist gut ich hatte grüß dich da muss ich listen ja vielleicht auch das passwort schicken das kommt hier nicht rein das wäre nicht schlicht irgendwas hat mit der Einstellung nicht hin mit deinen Einstellungen oder mit meinen hat gerade ein bisschen gebackt mein haken man kennt es rafft halt land in sicht die boobas insel eine insel mit zwei bergen und so da fährt gar kein zug müssen wir mal ESO anrufen was das soll jetzt kann ja was machen stimmt theoretisch können wir an land aber wir sollten das noch nicht weil wir können ja noch nicht ankern was hast du denn eingestellt auf überleben nee auf einfach ich kann es auch noch umstellen ich meine wir haben gerade erst angefangen ich glaube ich habe mit Sachen und Dizzy auf normal gespielt das war nicht so geil da bist du eigentlich nur am fressen ja eben das bist du ja so schon ich meine drei meter rumlaufen kurz was bauen Hunger hinterher schwimmen ich glaube das Floß ist schneller und außerdem hatten wir hätten wir da noch den Heiner den habe ich noch gar nicht gesehen ich habe ihn schon gesehen aber scheint gerade still zu sein hat noch keinen Hunger willst du eigentlich irgendwie in die Länge bauen oder so auch da kann ich mir doch gar keine Gedanken machen ok wir nehmen es wie es kommt ok das schaffe ich nicht auch schon es ist wirklich schnell das Floß Blume kann ich nicht gebrauchen liegt wenigstens mal eine Melone oder so rum ja und Melonesamen sie ist gleich wieder raus geflogen so jetzt hoffen dass ich schnell genug hinterher komme ohne gefressen zu werden halt dich an meinem Haken fest er frisst mich ja aber ganz knapp ich doch ich habe einmal wassermelonensamen vielleicht können wir die vermehren ich glaube ja nicht bei uns am Glück nee bei uns am Glück fressest du die Möwen ja das stimmt ey das fand ich voll blöd ich war so enttäuscht ich hatte das mal gebaut und äh mit Dach und alles und dachte so yay dann kommen die Möwen nicht mehr da drin wir am Arsch ja scheißdreck ne fliegen halt einfach durch die Wand dann die Schweine oder Möwen ich hatte das so ein Problem voll klug einfach ihn drin machen ne scheiße was hallo 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 ich weiß mal mehr plastik ins wasser leute verschmutzt man bis mehr die umwelt hallo 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 wenn das weg nicht so kommt können wir das gebrauchen Was ist denn das? Die ist aber neu, ne? Nee, die ist schon eine ganze Weile, glaube ich. Oh, aber für mich ist die neu. Ich kenne die noch nicht. Es gibt neue Sachen. Oh, hier machen wir wieder ein neues hin. Mir liegt hier ein Haken von irgendwem. Den habe ich auch schon gesehen. Den bleibe ich immer hängen. Ich auch. Ich gucke mal, was das ist. Gibt da einfach einen Haken. Oh nein. Jetzt habe ich meinen Haken weggeworfen. Mist, ich will den auch damit. Geht nicht. Nein. Der braucht Müll hier nehmen. Oh, alter Fluss. Also am Anfang des Spiels, Leute, müsst ihr, oder muss man an sich eigentlich nur die ganze Zeit den ganzen Scheiß hier einsammeln. Holz. Um Sachen mit Holz zu machen. Logisch. Plastik. Ich weiß gar nicht, wie das hier verbaut wird, aber ich glaube, das ist quasi, ne? Du musst dir locken. So. Beiß mal hier das Ding ab. Und dann geht es erstmal darum, ein Floß zu bauen. Cool, kann es glaube ich werden, oder? Ja, ich muss gerade aus den Palmenblättern kann man Seile machen. Ich traf gar nicht. Nein, ich habe auch nicht getroffen. Nein, nicht. Keiner hat es gesehen. Hey, scheiße, was ist denn hier los? Ich weiß. like *** Nein, ich weiß. Ich weiß. Ach man, das Spiel ist schon wieder vorbei. Ich sehe es, du hast alles am Haken, du kannst es aber nicht reinziehen. Du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht, es ist aber das beste Spiel ist, guck ich mal den SK im Reihe. Ok. Also wie lange sind wir jetzt drin, 5 Minuten, schon wieder kaputt. Ah hinten treibt es. Es kommt immer drauf an. Mal mehr, mal weniger. Kann auch Stürme geben und so ein Kram, es ist schon wild. Der Anfang ist halt ein bisschen langweilig, ne? Ja, der Anfang. Aber wo ist das nicht? Ich sollte immer erst sammeln. Ja. Hey, das geht mal schneller. Genau durch 2 durchgezogen ey. Ohne Scheiß, wir haben hier so eine Welt, wo Greta an der Macht war. Ich sag's euch. Ich kriege hier kein Plastik rein. Ohnein, ich hab grad vom Unwetter geredet ey. Guck gleich jetzt, ja. Uff. Was ist das? Ich glaube es geht los. Ich schwein. Oh, guck mal, Wal. Was? No. Was gibt's hier auch schon? Ja, es gibt auch Schildkröten und Rochen gibt's auch. Es gibt Wale. Nice, oder? Kann der nicht einfach den Hai runterschlucken? Weiß nicht, ob die Sounds machen, aber ich geh jetzt bei dem Unwetter glaube ich nicht ins Wasser. Die machen glaube ich was, ja. Der, der auch, ähm, na, Wasser hochgeschleudert, ja. Hallo, boi. Ich bin dafür, wir nennen ihn Walter. Wie? Walter. Wow. Oder Waldemar. Hahaha, da war er zweimal Plastisch drin. No. Hab ich gesehen. Hau ab mit deinem Haken. Nizi. Ja. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Das war aber mal gut, denn der. War das EIN gut bei mir nicht zweit. Hm. Aber als ich das eben gesehen habe, hatte ich leider gar keine Wahl. Hahaha. Hör auf. 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 Hörief. Die, die, die. Kommt losgefallen. Können wir jetzt Antenne craften? Ich glaube, das ist das Erste und Wichtigste, was wir brauchen. Fernsehen. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Oh So Ich angel mal was zu futtern Oh lol da liegt schon was drauf Ich mag es Ich mag es ich fand ich mit aussehenswasser tatsächlich zu blöd also wenn der hier anbeißen sollte an diesem teil dann lasse ich den das durchgehen in dem haken vielleicht hilft das ja was ist denn du siehst ihn wahrscheinlich nicht mehr weil restart gemacht hast ja bei mir ist er weg bei mir ist er noch da aber ich kann ja kein neustart machen da seid ihr nämlich auch raus ok ob der noch frisch ist hier zeigt sich heute von seiner besten dort braun wie geht es dir alles gut alles fantast an kass bot hast du glaubt auch meine so ich habe übrigens immer noch den back wenn ich mehr spieler modus versuchen das wasser aufzufüllen dass ich mein becher einfach priorisiert ja das habe ich schon bei den anarbeiten gehabt richtig nervig sind jedes mal ein becher kräft das war ein fisch so einer aus was zu essen ich habe die ich habe die dinge erst mal ohne alles gut was noch herzlich willkommen hallo melo cello ich grüß dich alles gut ich habe zwei kartoffeln eine rübe und einmal belohnen sahen schon garten paradies kann starten du meinst er die böse andock stelle oder diese das ist es tut mir ein bisschen leid aber nicht wirklich nicht tut es nicht hey ghostie du bist der straffel habe ich nicht getroffen aber jetzt wieder ja ja wissen muss leiser okay wissen sag mal was hallo ich krieg die krise ich kann nur 89 oder 91 warum nicht 90 dankeschön wir segeln gerade voll also segeln ich meine ich die steine eigentlich so aufheben weiß wissen nicht mich aber du schmeckst anscheinend besser der da mir irgendwie kein interesse wenn du wasser pf ist auch hier gibt es nix eine ananas eine einzelne besser als nix voll daneben das hast du ja so gedacht warte was diesen kann leiser diesen rede ja mal ich dachte jetzt kommt also ja ich kann vollreden und so was hast du denn gefunden eine ente unser muskot eine samurai ente auch eine winkelkatze stimmt das weiß ich und ein turnschuh ja ein converse allstar in rot das korrekt ich schon hat man ich bin ich bin nicht aber ich habe ja das hatte ich tatsächlich noch nie in anderen spielständen leider auch außer ich spiel halt solo mussten wir die flasche dann auffüllen die geht nämlich auch kaputt ich versuche dann habe ich hier genau das richtige für dichte müssen was zu trinken ohne das kaputt geht das heißt wir müssen immer melonen anpflanzen das ist tatsächlich meine macke für die ich nichts kann dass das spiel dankeschön mein lotello haben schönen abend du klappert bei mir wenn du rumläuft klapper 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 ich weiß nicht und nein es liegt hier noch ein haken keiner ist gerade kaputt gegangen jedes mal wenn diesen ausfliegt oder ein hasen hat nasen nacken kaputt geht verliegt einer rum ist weg ist gut stell mal vor irgendwann liegen hier 100 harten oder so ich habe kein plastik ich habe hier warte ich habe noch 18 also sagen erst mal eine große fläche machen da normalerweise müsste man so die teile mit zählen wie viele wir gebaut haben wegen den schaufelrädern bauen einfach ganz viel dann es ergibt sich dann schon oder auch nicht das ist aber eine große insel ist das noch dafür hast du auch schon mehr plastik ich habe zwei paketen schrank ich brauche noch schnellen plastik ich glaube es ist ein bisschen hier treiben wir jetzt erstmal gegen unser glück ehrlich es ist mal so zwei drei bäume abreißen können schon mal sind auf jeden fall drei wassermelonen gut so eine große insel ist nichts drauf bestimmt ist was im wasser drin das konnte aber eigentlich würde ich es auch nicht riskieren floh ist noch da ja ist noch gut geil ich bin gleich als jemand gefressen wird müsste aber schreiz haben müssen wir retten irgendwie nicht liegt es an den punkten holzbär geht bestimmt auch mit dem holzding aber wird wahrscheinlich länger dauern ich treffe ja nicht mal also normalerweise ja wenn ihr auf dich auf dich zuspringen kannst du den ja einfach passen aber mit dem holzberg das irgendwie gar nicht oder sich vielleicht verpackt dann würde auch passen ich freundler also ach so hier vorhin rausgeflogen bist denn ein stück plastik und die zwei breiter dort schwillt bei mir hier auch immer noch das pferd mit die ausbeute war jetzt nicht so groß aber ich habe zumindest schon mal vier palmen samen also ich habe fünf von den ärzten aber wenn ich noch mal ins wasser gekonnt hätte ich wahrscheinlich mehr gekriegt aber ich bekomme noch hp weißt du wo die ärzte sind vielleicht liegt es auch an mir mittlerweile weil jetzt hier ein haken ist der hängt und ein fass und ein holz natürlich wir sind das problem nicht das spiel ja und das spiel natürlich aber ich meine wenn ich das ja hoste und sich dann das bei mir aufbaut einer noch wenn ich starte ich noch mal kurz neu ich glaube das liegt im allgemeinen dass der multiplayer noch ein bisschen verpackt ist ich habe gesagt mit dem mit dem becher das habe ich auch bei den anderen beiden so volle fahrt voraus wieder war wie kommen der auspuffe hin oha ich glaube er drehen sollte muss vielleicht mal wieder gegen die wand fahren ist jetzt nicht so weit am rand bohren ja damit du weißt wohin der wind fliegt ich jetzt so nahm ich gott nur klar wir sich dann immerhin setzt solche keine lust mehr du bist jetzt blöd du bist jetzt blöd soo du hast nichts gesehen aufzulegen du hast nichts gesehen aufzulegen was passiert denn hier auch sag mal ja nix lieber doch nicht bücher stapel hier kann man mal ein bisschen was reinpacken ja ich habe nichts zu reinpacken hahaha ist gut also wegen den auspuffen jetzt noch mal ohne dass ich vor greife wegen story technisch für mich sieht auch so aus als wenn hier nur noch wasser ist und nur so mini kleine inseln also müssten das wohl spitzen von bergen sein heißt es gab wahrscheinlich eine wahnsinnige überschwemmung weil irgendwer ein rohrbruch hatte oder so hahaha ohne Mist ich weiß nicht ob du das siehst aber hahaha wird eine fass und die zwei bretter sind jetzt teil des schiffs und teil der crew sind die leider nicht sind die leider nicht sind die leider nicht ich glaube auch nicht SHIELDIES wow yeah dude ach mann ich werde mich dran festhalten ach man die schickere will nicht geht nicht oh voll langweilig das sind voll doof und ab ich dachte eigentlich könnte die jetzt beide neben zusammen binden und dann kann ich mich da drauf stellen kerzenständer so so hi gehst du weg von die SHIELDIES ich glaube wohl ich glaube der mag nur uns ach das gibt es doch nicht zwei SHIELDIES 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 und SHIELDIES finde ich gut ich habe ja Hunger so nicht Lissi mann oh fuck hier auf einmal unterdiftlos siehst du war echt zu gierig oh das war direkt das kam er da Hahahaha häh da oh es war Kriel jetzt geht ich muss sehr gut zureden magrele magrele was geht das ist aber keine magrele merkt ihr was chat merkt ihr was jetzt kommt der mir ist ganz schwimmer ich jetzt kommen viele dinge aus die schildkrigen ging gar nicht mehr die waren ja auch am schwimmen also bei mir segeln die hier noch mit kröten sondereinsatz kampf truppe ich finde das ist eine hervorragende idee ist immer beim fisch jetzt mal mein fisch riechen land in sücht hätte tatsächlich sogar ein anker und zwei fischköder können sie mal probieren vielleicht abfassen ich würde sagen wir fahren jetzt erstmal irgendwie so an die hand wieder dann das war mal kurz auge machen können siehst du aber auch gar nix ja da schon gewartet die sieht mir jetzt nicht sehr aber unter wasser ist einiges ja ich mache so ich den anker schmeißen oder ein fischköder ich weiß nicht ob sich das lohnt glaube ja was ich sehe ein paar ärzte also auf der insel ist ein manko baum aber sonst manko baum anker liegt ich sehe Das hab ich genau gesehen Haiköder hab ich jetzt auch mal geschmissen Der interessiert sich im feuchten Scheiß für deinen Köder Ich hoffe, der schnappt sich den jetzt Au Der schnappt sich hier, Lizzie Ja Oder mich Also auf und durch auch, schön Na gut, dass du's sagst Gut, dass du's sagst Danke für die Also für deinen Köder interessiert er sich so gar nicht Okay Ja, Blissen schmeckt einfach besser Kannst du ja jetzt sagen, was du willst Was jetzt gut ist oder schlecht Also ich hab 10 Erze Nice Besser wie nix, oder? Ich hab 5 Ich sammle Schrott ein Ich bin tot Der blöde High ist jetzt bei dir, oder? Wann und gleich Er beißt mich Unter Wasser Ich kann das leider nicht genau sagen Wie sie piepst einmal Hey du stinkner Hai, komm hierher Mit dem Hai-Ring Oh, oh Pass auf schon wieder Mal sehen wir eher nach Gibt der Hai auch nochmal Spiegel Komm mal kurz hier ans An den Rand oder so Hier ist direkt der Hai-Köder Vielleicht nimmt er sich den dann Aber ich glaub, der hat nicht mehr viel HP Ich hab den schon bestimmt 20 mal getroffen oder mehr Ach scheiße, jetzt ist das Beispiel nachgegeben Ist noch so viel schöner Schrott Wo ist denn der Hai? Hai Heinrich Ach, er kommt Oh, da Schnappt ihr den Köder Wie ist er denn da? Jawohl, er hat den Köder Vielleicht noch ein bisschen sammeln Was mit Lizzy? Ach, die ist ja tot Die müssen mal einsammeln Ach, die liegt ja auch noch irgendwo Stimmt Oh, ich kann's vergessen Wir bergen deinen Kadaver gleich Warte Oh, da werde ich nicht finden Weil nachher ist das ganz schön dunkelte Spiel Wir haben noch gar kein Bett, um Lizzy zu beleben Stop Herr Lizzy, ich würde sagen, du bleibst hier Bespinnen am Ende Ja, mach mal Kannst du nicht einfach da ein bisschen treiben Und ein Hai-Köder-Spiel Ich glaub, der steht nicht drauf Toter Lizzy, sieh einfach lecker aus Was mehr brauchst du denn? Ich versuch's Ich versuch's Oh, der Hai ist wieder da Na, hai hai Hast du ganz gut, mein Haken Sie ist eh gleich platt Ach, der Hai übrigens auch Oh lol Sag, der ist fast tot Hilfen die Haijägerin Kann man jetzt in Ruhe Lissen suchen Ich find da immer noch Der Hai ist angenehmer Wie die blöden Vögel, ey Die sind am schlimmsten Ich dachte, ich hab Lizzy gefunden, aber es war nur Seetang Ah ja Der Seetang, der Cheater Alge, Alge, Alge Genau so Genau so Ich bin aufm Ich bin aufm Oder bin ich auf dem Floß? Irgendwie schwimm ich gerade in dem Ja doch, jetzt bin ich auf dem Floß Ich könnte auf Befreien drücken Jetzt leg ich da schon drum Wo ist denn das Floß? Ach hier Der blöde Hai bringt mich nicht um, ne? Aber ich ertrink gleich Ich hab jetzt meine AP auf Wunsch So, aber wie kräftig denn hier jetzt mal Bett Mit Wolle Ach nee, das war Minecraft Mach's gut Hi Oh warte Ich ertrink Nein Ich meine Ich verdurste Shit Ich auch gleich Bitte sehr Danke Jetzt weißt du warum ich so langsam bin Hunger und Durst Durst Sieht wunderschön aus Ich büß mich Lissi Auf die Zähne bitte Ach, wenn ich doch nur ein bisschen Plastik hätte für ein Becher In der Kiste müsste Plastik sein Nee, das könnte das Ich verdurste Können wir meinen Becher gehen Direkt vor dem Wasser, aber ich kann es nicht trinken Aber ich habe da genau die richtige Lösung für dich Wenn ich das Floß finde Hier Nicht das Floß finde Oh, Wassermelonen Nach See Das ist die Habt ihr ihn angelegt, wo ist das Floß? Oh, wo? Da ist es nur noch Da ist es Wo, 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 wo Wo, 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 wo Die eine Steinseite Oh, hier, guck mal Hallo Ich bin wieder da Hallo Willst du mich heiraten? Jetzt ist dein Ring, aber es ist auch fast rund Okay, he's missing this Das ist so bescheuern, was mit den Fischkopf Wunderschön Am besten ist eigentlich der Bär Nee, der 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 Aber ich meine, der Bär ist das andere Vieh Da gab es noch einen Der Vogel oder was? Oder das Schwein? Nee, das Ich glaube, sie meint Der Kugelfisch, oder was das war? Ja, das ist das Geilste Der Kugelfisch Der einfach aussieht wie eine Badekappe Ja 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 Guck mal, da ist der Heube da Ist er wieder da, ja, Gott sei Dank Kann ich endlich wieder mit dem Ring Mir war schon langweilig Oh, mit Ruhm Recherchiert Oh, loo Das geht jetzt ratzifatze, sag ich dir Den recherchierte Schatze Oh Nicht mein Zetan So, ich bin sofort wieder da Oder nee, warte mal Ich fände mich auf den Stuhl Vielleicht Oh, das auch Das war's. Achso, wie Bienenstock? Ja. Hätten wir dir letztes Mal auch? Ja. Oh. Die Insel mit den Bären. Oh. Ja. Aber ich glaube, wir haben nie einen gebaut und wenn die einen gebraucht haben... Ich nicht mehr. Ja. 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 Ich glaube, du bist ein Pro in dem Game. Total. Der zackt Krümel. Ist das so? Brauchen du erst mal was? Ja, ja. Irgendwann runden proposieren wir uns... Ich hab nur Seetang und so ne Riesenmuschel und noch Blatt da halt. Nee, ich brauch Ton und Sand. Ich brauch Ton und Sand. Ich brauch Ton und Sand, ich brauch Ton und Sand, ich brauch Ton und Sand. Nein, Grace, geh weg. Aua. Die ist ein bisschen schlecht gelaunt. Kommst du da drauf? Könnte daran liegen, dass ich dir die Fresse probiert hab. Alles deine Schuld. Hab sie Sand gefunden, Frau Lissen? Ja. Wo kann man die noch machen? Cool, glaube ich. Cool. Wo kann man die machen? Hä? Da, nasser Ziegel. Ja, genau. Einen konnte ich noch machen. Ja, nice. Leg ihn zu den anderen. Nee. Lass die Kuscheln. No. Guck mal, Trick, Trick und Drack. Oh, die Steine. D awake schon. Da, n жив. Danke, das hier. Ey Lizy! Ich glaub, mein Fisch braucht Mundsimmutbeatmung! Schnell! Ich muss los. Ey! Das ist aber nicht so nett, Lizy. Du musst den Fisch retten. Ich muss den Fisch retten. Ja. Hast du noch Türen? Was? Hast du noch Türen? Ich hätt noch vier Stück, ja. Ich hab noch drei Sand. Okay. Ja. Oh, mein Siebel! Jetzt geht's los! Guck mal! Schmelze! Was? Hast du mir den Sand gegeben? Ja, der liegt vor dir. Der liegt hier. Hm? Siehst du ihn nicht? Nö. Das mach ich in der Kiste. Oh, nice! Oh, mein Eis! 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 ich habe doch nichts zu tun dann werden wir warten oder nicht ich gehe noch mal das mittel aber das ist nur eine tolle kann bei den uns bei wir warten einfach bis der befreien steht dann werden wir zum boot deportiert hallo ich bin wieder da noch seid ihr noch mal auf tauchgang ich habe schon gesagt du kannst dann unsere leichen bergen wie überraschend sie ist ihr gezeigt ich trinke schon wieder es gibt es gar nicht ach du auch was auch den mund zu machen beim tauchen ich dachte man muss über den mund atmen tatsächlich müssten wir aber bei mal ablegen weil wir uns verhungern wieso wir haben doch wir haben doch haif vielleicht ja mein fleisch drauflegen gegessen hast dann tschüss fleisch ich habe es nicht nur gegessen hallo ich habe es nicht nur ein machen ein könnte ich noch machen eben ja ja dann kommen wir genau auf sechs wenn die trocken sind können wir den rufen machen ja geil gerne spiel schon fast durchgespielt du machst pause nice hi fleisch hast du den siegel hingesetzt ja der liegt schon da riech mal dran ist frisch nix peter heiner bei uns heißt die graze wie heißt sie bei euch graze graze wieso graze keine ahnung wieso graze graze nicht graze ahja tschüss fleisch tschüss fleisch ach wir sind schon wir haben auch ein blutenden geileres säge gemacht huch hän lissi nein lissi ich hab grad gedreht das säge jetzt musst du da auch nicht mehr dran ja frisches fisch frisches fisch lissi ich seh der entziegel gar nicht wo du den hingesetzt hast und melinda zwei noch bei dir nicht da fehlt ja noch einer ich hab meinen schon dahin gesetzt gehabt hä das ist wirklich ein scheiß da fehlt doch noch einer hast du noch sand lissi ja eins mal sand bitte ich hab noch dreimal sand ja nice ne sieht sie ja nicht noch siehst du den ne bei mir ist dein hagen genannt dann mach ich mir ne kiste ja und sagst du ganz jetzt babken den bogen liebe ich ja er ist cool ja er ist mein lieblingsspielzeug und den rest können wir erst erforschen wenn man ofen haben der ist in arbeit schon die nächste insel oder sind von der gerade weg gefahren ich glaube das ist die nächste das ist eine ganz große glaube ich sie sieht sehr groß aus oder mal hin aber das ist auch auf hohe weg last und so eine pups fische sind da bestimmt auch lassen immer so grüne stinke wolken nehmen mit segel unten spricht nicht mehr ins wasser warum nicht nicht mehr manchmal hat sich kuchen so ein bisschen denken okay aber er macht das grundsätzlich mit dem zähne halten wenn ich aufgestanden bin eben gerade so gibt es so viele kanalpunkte viel zu schnell weil die alle subs sind das ist das problem muss die preiskosten erhöhen zu je dankeschön für 34 monate oh ich glaube das ist wirklich so eine mit so einem fachl na freilich so kann man denn die pfeile bauen aber den bogen noch nicht zu dem boden wasser glaube ich bolzen und kletter pflanzen glibber genau deswegen können wir den noch nicht und für beides brauchst du den blöden schmelzer ja aber wo ist denn der sinn das war jetzt schon die frau tja du bist ja einfach ey du sauf neun hat eins abgekaut oh bügel das war glaube ich eh schon kaputt ich sehe schon das schwarze schweiber hier oh warte mal kann ich noch einen anker bauen ich sehe schon das schwarze schweiber hier oh steine die wilde sau ich habe einen anker gebaut ich weiß Lissi überbord ja hauptsächlich ich weiß anker habe ich geworfen nice büro nimo pass auf mit sie ist ein hai echt oh da ist ein schwein eh hab ich schon gesagt das wird eine sauerei vorbeiziehen oh den schaffe ich niemals mit einem drittel Speer ne schaffst du nicht oh guck mal ein Lama ist auch da wir haben noch keinen Netzwerfer oh aber ich will es haben netzwerfer netzkartuschel fehlt uns exklusives pulver für muss halt so ein na so ein Pumperfisch Pumperfisch ja ja Pumperfisch und äh Netzwerfer hallooo nein was ist denn mit dem Netzwerfer da dafür brauchen wir einen metallbaren und einen bolzen ich arbeite dran ich arbeite dran pf ja aber das war ja noch nicht alles da brauchst du noch schaufeln dann brauchen wir noch erde ja ja ich weiß ich weiß ich weiß das war auch bloß nur so gesagt dass ich das haben möchte okay weil das erste Lama was ich nämlich mal hatte ist nämlich immerlich verreckt also mich rein ist es vom Floß gefallen ne es ist verhungert ach der scheiß die arme so ja 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 ich bin dabei oha oha unbedingt boben mal gut listen rausgekommen haha ach so der frisst an dem Köder rum ich dachte wo frisst den der so rum ja dachte ich werf mal ich kann noch bisschen Sand einsammeln hier und Krams ja cu Heavy Metal wir müssen jetzt mal alle so einen blöden Sperr machen ne und dann auf das Schwein drauf ewig nein hier unten ist gleich so ein puffing in fisch aber den krieg nur mit dem bogen schwer ist der bitte schwer ich habe den mikrofon abgekackt das sterben geschworen das könnte selten chill sein aber stehen auch da drüben oben links die was haben wir da gelernt den tag der arm oder was war das nicht doch kette hat eine lichter was brauchst du denn weiß ich nicht stimmt irgendwas was sie sich ausdecken wird also ein saugnäpfe dran aber schon einiges mit anstellen reichen der sechs hier ich komme das stück mit einig dran der die ganze zeit ist das mit halber einschmelzen einfach keine professionell also ich habe schon ein bisschen beute gemacht schon wieder fünf schrott 19 seetang habe ich geholt ich habe noch gar nicht gemacht ich wollte einfach einmal sand fehlt jetzt noch ton es sind viel zu früh bei seiner großen insel ja macht ja nichts aber allein die seetang ist ja schon eine gute beute jetzt wenn wir hier jetzt ringsum noch ein bisschen ton und so kam es einsammeln ton und sand holz bräuchte ich mich auch mein haken ist nämlich auch gleich kaputt ja ich habe ja eben paar bäume gehackt jetzt habe ich bloß nur auch nichts mehr da ich habe mehr als nur als fünf schrott ich habe noch 20 in der tasche neu ist da machen wir drei bolzen und sechs bachen Ja, 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 ich hab schon zwei Barren. Wir könnten ja auch einfach mal gucken, ob auf der Insel ne Höhle ist, aber das Problem ist ja der blöde Schwein. Was ist denn der Sauerei? Hunger hab ich hoch. Ja, aber es geht. Hat irgendwer da jetzt noch Planken übrig? Nee, aber ich bin noch auf dem Weg zum Holzfeld. Ich bin mal dabei, einen Speer zu bauen. Da möchte ich dann den ersten Speer haben. Ich hab noch meinen Holzspeer, den muss ich erstmal leer machen. Gut, größer kann. Lecks halt fett. Aber halte ich halt ein Thema. Was ist jetzt meinst du? Ach, Scheiße. Lissi. Ja, was denn? Hast du mit dem Schwein gerungen? Ja. Ja. Das siehst du auch aus. Lissi wird so einen Stab haben. Äh, ein Speer, meine ich. Ich kann es so. Lissi wird zwei Zauberstaben anfassen. Ähm. Ich muss los. Lissi wird zwei Zauberstaben anfassen. Wir haben gehört in der Buntbarsch. Wollt den jemand essen? Ich? Ich hab aber auch noch mehr. Ich bin einfach der Fischmeister. Ah, fuck, jetzt hab ich den Rollenfisch gegessen. Ich hab's gesehen. Auf dem Land. Hier. Hier hast du einen Buntbarsch. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ah, was damit? Ich brauch mal drei Bretter. Drei Bretter. Ich hab' keine Bretter. Hier aber sind noch neun Stück drin. Oh, da sind noch neun Stück drin, ist das gut. also ich habe noch sieben von denen die mir gegeben ist ich habe jetzt eine neue axt jetzt hole ich mir neue bretter was mache ich mit der saue warum man die versuchen kaputt zu machen habt ihr beide schon mental schwer also ich habe bis jetzt nur mir fehlt noch ein barren muss noch fertig werden dann kann ich noch ein machen dann war die noch so lange bevor ich jetzt irgendwas falsch ist ja doch noch einen barren die saue ist hinterm stein obelix ich dachte er hat mit so etwas mehr gesaust das sieht aus wie ton das muss ich einsammeln was für noch ein fisch bleib ich ein fischer und das lange ist auf dem berg ist ich legte den stadt bei hier rein ja irgendwie funktioniert das mit dem wird umwerfen störe oh scheiße die machen es ging aber es kann man einfach random den berg hoch ja das ist mir auch passiert beim als ich den baum abpacken würde vorsicht das schwein ist gleich hier wohne wir warten auf unseren killerhai auf dich wenn du so ein schweres abgebrochen forschen wer hat den hut ich nicht am leder okay aber noch können wir nichts weiter erforschen wir können nichts lernen alles bleibt so wie es ist egal ob du hier bist und nicht ich habe keine kiste ich habe eine kiste ich habe eine andere und ananas samen habe ich hallo gedudududu bohr Vogelsinnig ne oh hier ist ein hier ist ein wirken bis jetzt habe ich zumindest keinen gesehen oh das ist voll süß aber das ist auch noch so eine so eine spezielle farbe toll und wir können es nicht fangen das ist so ein seltenes was denn jetzt lama oder was in schwarz-weiß bin auf chapter 3 gespannt ich habe das ja jetzt schon durchgespielt und ich bin auf jeden fall auf chapter 3 gespannt hatte da letztens geguckt die haben geschrieben das wird wohl das größte update von allen mit mehr content als man sich vorstellen kann das war gut ich habe nur gelesen neue charaktere ich war dabei die sieht voll gut aus die ziege ja ne deswegen ja toll ne erste große insel die wir finden gleich so eine besondere farbe wir können jetzt einfach nicht fangen und ding weil an sich ist die farbe ja egal das geht das prinzip ja wir hätten jetzt schon eine ziege und lama haben können und bestimmt läuft hier irgendwo in der ecke noch so ein wildes huhl rum und ding's ja definitiv ein ding's es ist ein ding's weiß nicht nutzen sagt den ding's da stimme ich voll zu ob mich der mit dem speer auch tot kriegt das blöde pupsviegel probieren ob listen überhaupt weiß woher das ist mit dem hier bleibt ich glaube den andreas kennst du ja auch den frieden irgendwie nicht also wir sollten auf jeden fall wenn wir jetzt gerade schon hier an kann noch einpacken was geht auf jeden fall noch ärzte damit du dir so schnell wie möglich noch ein ding's basteln kannst bogen und feile dann kannst du nämlich mal ein paar kugelfische jagen ja wir sind schon zwei geplatzt toll dafür habe ich noch eine kiste gefunden unter wasser ist ja auch nicht schlecht das ist auch nicht schlecht ne da sind ja auch manchmal bolzen und so kamen drinnen ja leider nur metall machen aber da kann ich ja bolzen draus machen ich hatte einen bolzen in der kiste oben aber metall ist halt auch schon gut ne aber das ging auch besser schon am besten ist immer wenn bolzen und scharniere drin sind das ist immer lecker ich gönne mir auf jeden fall hier den krassesten seetang salat aller zeiten ja und ich ertrinke hauptsache es macht spaß oh nein mein haken ist kaputt meiner ist auch gleich kaputt und ich glaube wir haben keinen plastisch mehr oder nö ich treibe übrigens tot neben dem fluss hat grace dich gefressen ja aber dafür habe ich vier kupfer haben wir vier kupfer gestorben wow oh come hi Oh nein, mein Ars ist kaputt. Es ist einfach alles kaputt. So viel zum Thema, es bleibt alles so, wie es ist. Simon, es ist eigentlich viel zu früh bei so einer großen Insel. Da kann ich alles abfarben. Es ist einfach die Hälfte der zurücklassenden. Oh, ich habe einen Platz im Metall. Alles. No. Was werfe ich weg? Was werfe ich weg? In einen Sand? Ja, einen Sand. Melonsamen. Boah. Das ist geil. Mehr Futter für die scheiß Viecher. So, jetzt weiß ich natürlich, jetzt muss ich nur gucken, dass ich von hier hinten daheim komme, ohne zu krepieren. Ohne zu krepieren. Noch mehr Melonen. Boah, geil. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Du kannst halt auch echt nichts mitnehmen. Nicht mal die ganzen schönen Blumen, um später Farbe draus zu machen. So, der Herr hat sich jetzt erst mal erledigt. Hast du denn schon wieder gejagt? Ach, hör auf. Hör auf. Ich geh jetzt auf den Sack. Danke. Oh, ich hab einfach keine Planken, ey. Aber ich hab was für dich. Ich mach mir noch drauf. Ich mach mich noch drauf. Bittig. Achte. Oh, ich bin Platz. Hast du jetzt Platz? Feuer nachgelegt hab ich auch. Nice. Möchte jemand einen High-Kopf? Oh, gut, naja. Nice. Das geht steil. So, jetzt haben wir langsam Platzprobleme, muss ich sagen. Ach was, ist doch schön gemütlich hier. Gelbe Blume, raus. Nein, nicht die Blume. Da müssen jetzt die anderen das Samen rein, so. Oh, gut. Hast du noch Kunststoff? Was? Hast du noch Kunststoff? Ne. Ne, null. Weil wir müssen auf jeden Fall, egal wie es ist, wir müssen wieder segeln. Ja. Aber, also ihr habt alle keinen Haken mehr, ne? Hast du noch Haken? Ein bisschen? Ich hab noch, ja. Gut. Warte, ich hab auch noch ein bisschen. Ich brauche eine Blanke, dann kann ich mir einen machen. Weil, dass wir wenigstens fünf Steine bei haben. Und neun. Blanker. Oh. Blanken kann ich dir gleich geben. Da habe ich ein paar gesammelt. Nein. Oh Gott. Zwei. Ja. Ist er wieder da? Steine habe ich jetzt auch. Oh, ich hab wieder einen Haken. Oh, wir haben hier noch einen Stapel Steine fast. Okay. Okay. Ich hab noch ein Speer übrig, aber ein Holzspeer. Will den nochmal jemand haben? Ja, dann gib mir den. Ich hab grad gar keinen. Okay, oder? So. Anker liegt hin. Warte. Komm ran. Gib mir noch fünf Sekunden. Der Hei ist noch weg und hier ist noch Dingens. Der Anker ist gelichtet. Ach, Dingens. Okay. Au. Lute, schneller, Lizzy. Ich bin dabei. Schwimm schneller, Lizzy. Hä? Der Hei ist irgendwie dumm, der trifft mich nicht. Äh. Der ist nicht nur irgendwie dumm, der ist wirklich dumm. Schwimm schneller, Lizzy. Wo bist du überhaupt? Ich weiß nicht mal, wo das los ist. Da. Ich weiß nicht, wo du bist. Komm, Lizzy. Tschüss, Lizzy. Tschüss. Tschüss. Wie der Hei hinterher schwebt. Gegen paddeln. Komm. Oh nein, es ist ein Flughai. D-d-d-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Der Hai erkennt mich bestimmt nicht. Böden, böden. Der Hai denkt, dass einer von ihnen... Aua! Verschissener Hai! Ich bin doch Familie! Ich bin's doch. Der Hai reiht. Das muss der Name sein, dass es dir nicht abkauft. Tante Giesler. Meine Grundschullehrerin hieß Giesler. Mein Beileid, Lizzie. Ach, die mochte auch keiner. Das muss am Namen nicht. Mache gut, Insel. War schön. Tschüss, Zier. Oh, hier machen wir noch mal ein Scharnier rein. Das war ja eigentlich mit dem blöden Bauplan hier. Was ist das für ein Bauplan? Ich hab noch einen. Für die Antenne. Für die Antenne? Ja. Muss man die aufheben, ist gerade so die Frage? Weiß ich nicht. Wir haben die halt immer aufgehoben, aber ich glaub, brauchst du nicht, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, Möwe, kack drauf! Pff. Ich weiß halt nicht, wo sind die Antennen überhaupt, unter welche Kategorien nochmal. Äh. 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 Ich hab noch einen Tisch. Und ich bin gerade zu Hause. Hast du gerade was weggeworfen? Wie, Herr Wilhelm? Hast du gerade den Plan weggeworfen? Nö. Also, der Plan wird immer weggeworfen, aber den anderen Plan wird noch da hin. Ich kann zum Beispiel gar keine Antenne finden. Mach mal ja den Zettel. Das ist mir die vielleicht auch erst nicht. Nö. Die ist hier auch nicht mehr drin. Mal reinlegen. Nö. Da ist ein Frosch. Ja. Nö. Nö. Warte mal rein. Warte mal rein. Warte mal rein. Warte mal rein. Ist, glaub ich, nur ein Sichtschutz. Ja. Ja. Schutz vor der Möwe. Du, das ist eigentlich fliegen. Es ist wichtig. ja ach man kann ja in den third person modus gehen und da kriegst du aber die todes motion sickness das ist ja als wenn du besoffen bist mir ging das so als wir die vorwärts gespielt haben da geht es mir richtig schlecht danach keine ahnung was mit dem spiel los ist ich weiß was wir brauchen langsam hier warte mal wo sind sie den kräften sammel netze aber ich sammle immer alles gerne verhandelt das ist eine insel kleine insel aber ich glaube wir brauchen erstmal ein bisschen plastik und so ich steuere auf die insel zu ich steuere auf die insel zu ich steuere auf die insel zu gerade repariert die ecke hier kein holz gar nichts wissen hast du noch eine axt ja dann achst du mal doch jemand sand was war es mit der axt und gute axt lang halten so der hei hat sich erstmal schon erledigt wie hast du wieder gemacht alter ich habe in sie gefunden die seene in definitiven vogel drauf ist wie sie fast gegen die wand schnell ich habe keinen paddel das segel ja beim seelen bis zu deppern wir haben gegenwind da ist nicht viel mit gegen links schwimmigen geht jetzt weg das segel das boot bin ich ja ich bin noch nicht so weit da hinten ist eine richtig große insel aber die bringt uns ja jetzt auch noch nichts hier ist noch jetzt noch ärzt neun das alles mit Neee! Oh Mann ey, jetzt weil der blöde Fisch nicht mehr da ist. Boah, das ist überhaupt scheiß Leder ey. Was ist mit dem Mist? Oh, keine Sau. Hallo Ipims! Hallo! Hallo! Aber wir brauchen unbedingt so einen großen Grill. Ohne Scheiß! Ja, dafür brauchen wir mehr Holz und mehr Plastik. Wir brauchen mehr Platz. Ich könnte so einen Grill bauen. Und da drüben ist schon wieder so eine riesen Insel. Das hat er doch die ganze Zeit. Was? Das hat er doch die ganze Zeit, oder? Ja, das habe ich hier schon ein paar Mal erzählt, ja? Ach, ich bin betrunken. Da liegt einfach nichts mehr. Da liegt nichts mehr. Das ganze Wochenende schon. Das ganze Wochenende einfach. Ich bin jetzt der Grillmeister. Uuuuh! 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 Ich steuere jetzt nicht auf die Insel zu. Uuuuh! 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 Na ja! Das ist doch wunderschön! Mir gefällt es gut. Uuuuh! 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 Ich bin hier voll im Wind und ich habe das Gefühl, wir schleichen. Ich bin hier voll im Wind und ich habe das Gefühl, wir schleichen. Wie weit kann man eigentlich vom Floß weg? Äh, schon ein Stück eigentlich. Frage. Hallo. Ach. Oh, ich hab ein Päckchen. Von wem das wohl ist? Oh, vom Stuhl. Vom Stuhl. Oh nee, da ist ein Knossi-Päckchen da, ist Stuhl drinnen. Das würde ich aber wieder ins Meer werfen. Ich guck jetzt mal vorsichtig. Aber vorsichtig, ne? Nicht, dass das explodiert. Oh. Ein Teppich. Ein Teppich. Geil, nie damit die kalten Füßen. Äh. 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 Na klar. Hey, Wilfen, hast du wieder Durst oder hast du noch Melone? Ich habe noch Melone. Ich habe noch drei Stück. Guck mal. Bitte Melone? Melone. Du warst bei Melone spielen? Boah, schaut euch unsere riesen Melonen an. Zweier in der Zahl. Boah. So ein paar riesen Dinger. Jetzt bist du der blöde Haier am Beißen. Wo ist eigentlich? Ich meine, du hast ihn gekillt, aber hat er sich jetzt verfahren? Wahrscheinlich. Oder hat er einfach keinen Bock mehr. Oh, da ist er. Pass auf. Also wenn Lissen mal stirbt, kriegen wir es nicht mit. Die gibt halt keinen Ton von sich. Weißt du, Haikop, von hinten einer schreit. Kein Ton. Kein Ton. Ich muss halt lachen. Innerlich. Leise. Lissen lacht innerlich. Sie lacht innerlich leise. Sie stirbt auch innerlich leise. Oh, Lissi. Was denn? Wollt auch mal. Hä? Du hattest das doch. Ich hattest das doch gar nicht. Ne, das hattest du. Ne, ich hattest das nicht. Hä? Oh. Mein Inventar ist voll. Oh, guck mal, was aus deinem Inventar gefallen ist. Was ist aus meinem Inventar gefallen, Teddy? Stuhl. Oh nein, das Beste ist alles rausgefallen. Ich mach's auf. Mach's auf. Oh, guck mal, ich hab Blumen gekriegt. Mir hat jemand Blumen gesendet. Nice. Sie öffnet es. Oh, das kommt gleich auf. Schon wieder in der Malerei. Oh, weil es ist schon wieder Brummparty. Hä? Mikro ist wild. Mikro hat Bock. IT telefonieren nach Hause. Besser? Ja. Okay. Okay. Oh. Ich wollte ja jetzt gerne noch was einsammeln, aber der Haken an der Sache ist, ich hab' keinen Haken mehr. Was fehlt dir denn für einen Haken? Kann ich ja machen. Kunststoff und Planke oder vier Blanken und Bolzen. Ich hab' einen richtig schönen Haken machen können, aber die sie will ja aber sich in Vordergrund dringen. Ich hab's einfach nur da. Da mach' ich mir halt so'n schönen Haken. Puh, macht du. Ja, echt ey. Kann, dann können wir ja bald die nächste Insel ansteuern, den ganzen Rigi Rhein-Erzen. Will jetzt jemand den Haken oder nicht? Halt' ihn doch. Halt' ihn doch. Aber ich hab' jetzt zwei. Dann nehm' ich ihn. Warte, warte. Jetzt doch nur ein. Was denn? Ich hab' ihn hingelegt. Da ist er doch. Ach, da ist er. Ich hab' ihn nicht gesehen. Einen Schrotthaken. Voll geil. Verbrauch' ich den Plastikhaken jetzt zum Angeln trotzdem noch. Ja. Na ja. Fange ich schneller wie sie. Verdammt. Ich dachte, sie trifft nicht. Ich treff' überhaupt nix. Das macht gar nichts. Wir treffen alle nix. Das ist gut. Ich bin dafür, wir bauen so'n Riesenschiff. Ja, Ida? Ja, so'n Riesenschiff, dass du erst mal drei Stunden suchen musst. Wo hat der Haie angeknabbert? Haie. Insel voraus. insel voraus. Vivner Bock, voll am paddeln. Paddeln loswerden, ich hab' kein Platz mehr mit. Oh, da ist wieder so eine mittlere wie eben, oder? Nee, du brauchst die nicht. Die ist ein bisschen kleiner. Aber bestimmt gibt es Erze. Oh, ich hoffe doch. Ich habe jetzt extra nochmal einen neuen Speer gemacht, wenn ich fleißig auf die Fresse hauen kann. Können wir einen Anker machen? Äh, warte, ich gucke. Vielleicht besser? Ja. Je nachdem, wie lange wir jetzt brauchen. Oh, blöd Oh, scheiße, wo sind die Steine hin? Ach, da. Ich habe noch welche ansonsten. Ja, ja, hast du noch eine Kiste gemacht, habe ich nicht gesehen. Anker ist geworfen. Ich bin immer auf dem Erd. Ah, verdammt. Ich bin bewegungsverfähig. Ich habe dich schon. Ich bin immer auf dem Erd. Niktchen. Hm, ich schlaf jetzt erstmal eine Runde. Oh my und er steht aber hart auf dich probleme mit mir persönlich ist ich meine du hast auch schon seine heilige familie ausgerottet also zwei hat er gekriegt yay dood dood noice ich hoffe im nächsten patch kann man ein bisschen mehr mit kupfer machen das richtig nutzlos das zeichnet ja du brauchst das halt einmal für diese batterien und dann kannst du die wieder aufladen und dann war es das oder ist das entspannt mit dem haken ehrlich ich nehme jetzt auch alles mit sand und ton gleich das war noch einen zweiten ofen gegebenenfalls bauen können das klug nö 1 kiste ja mit scharnier no scharnier no die scharnier hat wen oder wer genau die 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 kenne ich die kenne ich Endlich mal ein vernünftiger Haken und ich glaube, die Insel ist leer. Ne, bisschen was ist noch da. Der war gut und Krümel hat endlich mitgekriegt. Oder er muss zu sehr lachen und kann nicht schreiben. Ich hoffe, er hat ein zweiteres. Mein Haken ist kaputt. Ich brauch so einen neuen. Hast du einen? Das konnte er jetzt machen. Wo bist du denn? Über dir. Unter dir. Überall. Überall. Ich glaube, da schwimmt einer. Schwimmt der hier oben? Hier schwimmt der. Ich ertrink doch. Der Hai ist wieder da. Nice. Nee. Ich hab mich schon vermisst. Ich war schon ein bisschen einsam ohne Hai. Nee, der hat auch einfach wieder spawned, ey. Ja, dafür hat er sich ja eben von Zeit gelassen worden. Ich fühle mich. Ja. Besser, sie war verschwommen. Eins riesen, Mupfel. Ich glaub, das hat sich gelohnt. Ja, sagst du, meinst du? Ja, ja, ja. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Ich hatte sechs Erze bekommen. Da ist ja da auch noch mal welche gefunden. Ich auch. Das ist gut. Ja, es hört sich gut an. Oh, das will ich hören. No. Fleißig. Jetzt ist alle? Ich denk schon, dass wir jetzt die größte Abkommen haben. Hi. Die Leiden ist los. Let's go. Let's go. No. 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 ich würde sagen hier diese eine stack plastik und holz im lager die würde ich sagen lassen wir mal drin als notfall dings oder ach du scheiße kommander links er hat das noch ein patch gekriegt mit insel overhaul oder so ohne mist ich bin man jetzt irgendwie mal eine halbe stunde gefahren nicht eine gefunden wir finden gleich gleich alle theoretisch könnten uns jetzt ein paar bühnen bauen nein ja eines tages vielleicht nicht Guckoo! Guckoo! Der Rächer mit dem Becher, hmmm, ich habe ja noch einen Melonensamen hier, warum hab ich den noch? Zehn Melonen können wir anpflanzen. Hast du eigentlich noch Melonen? Brauchst du noch Melonen? Ja, ja, drei Stück hab ich noch. Alles gut. Vogel sehe ich schon mal nicht, wie es bisher ist. Aber die ist groß genug, dass es theoretisch hier so Fische geben kann. Jaaa! Bloopies! Ding aus! Pups Fische! Pups Fische! Pups Fische! Pups Fische! Ich glaube, ich muss noch einen Anker bauen, fällt mir da wieder ein. Was ist denn eigentlich mal mit den großen Anker? Den können wir schon bauen, ne? Haben wir dafür? Oh, drei Metallbarren und eine Scharnier Twain. Hier, kannst du alles haben. Let's go! Barren! Scharniere! Scharniere! So, und was brauche ich noch? Holz! Ist auch jemand Holz vor der Hütte? Ja. Hier ne Kiste. Holz hab ich noch neun Stück. Ja, ich hab auch Holz. Gut. So, dann bauen wir nämlich mal einen richtigen Anker jetzt. Wo bauen wir den hin? Oder? Oder? Dort wo Platz ist! Hat jemand ne Axt? Nee. Ey, Hai! Hör doch auf! Weil, wär ja blöd, wenn der Hai den nämlich gleich frisst. Ja, ja. Das wär nicht so praktisch. Kann mal jemand den Behälter hier füllen? Von dem Wasser-Dingens? Weil ich kann's halt nicht. Bei mir zerspringt der Becher so beispielsweise mal vollfüllen. Also am allergutesten... Was? Am allergutesten wäre der Gerät ja irgendwie... Wir kriegen den gar nicht hin, den richtigen Anker. Wieso nicht? Der ist viel zu groß. Das ist einfach nur los. Ach, der ist zu groß. Ja, aber... Dauert noch ein bisschen an. Womit denn? Da haben wir ja nichts. Doch, wir haben noch Kranus. Wir haben noch Kranus. Aber nur minimal. Na gut, aber... Übrigens, der war da rein. Oh, guck mal! Hä? Guck mal! Oh! 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 Wie hab ich's denn da laufen? So, aber da müssen wir jetzt unbedingt... noch eine zweite Reihe drum machen. Sonst ist es futsch. Naja, klar. Der frisst ja gleich jetzt erstes drin rum. Das heißt, ich muss jetzt hier tauchen und Plastik holen. Bringenst... Ich glaub, Plastik haben wir... Bringenst... Bringenstens! Bringenstens... Ich möchte dich da zitieren. Aufmerksam sein! Anletztes gesehen. Wiffen wurde schon gefressen und Lissen auch schon zweimal. Mhm. Ja. Mhm. Dreimal gefressen schon. Ja, und einmal sogar direkt vor meinen Augen. So, dass ich Wiffen instant retten konnte. Ich weiß. Ja, ich mach so Sachen. Ähm. Fairytale. Ach, er guckt Fairytale während er Stream guckt. Oha! Spielt! Lieber Fairytale. Den Tänz. Achso, er spiele. Okay, er spielt, er spielt. Er spielt! Okay! So, kann ich den Anker noch... Okay. Ich wollte jetzt den Anker noch... Okay. Ich wollte jetzt den Anker noch... Okay. So, Anker ist erstmal sicher. Das ist gut. Oh, ne braune Ziege, ne ganze braune! Ne, schwarz! Jetzt ist noch eine. Ja. Die ist schwarz. Komm, hüpf drauf einfach! Ich glaub, sie ertrinkt. Ich glaub, jetzt ertrinkt sie. Die ist noch halb an Land bei mir. Ja, bei mir auch. Hier ist noch eine. Und ist das die gleiche? Und die ist jetzt nur verpackt? Vielleicht verpackst du sie sich ja im Schiff und dann... Hm. Hier sieht man hier auch raus. Äh, leider noch. Meine Bobas sind sehr wohl interessant. Guck dir meinen Aufschnitt an hier. Ich mach für Wiffen hier voll das Melonenmanagement. Oh ne, ein Schwein! Dafür bin ich nicht gewappnet. Ich hab nur einen Zahnstocher, einen Alp abgebrochenen. Ich kann dir noch einen richtigen Speer basteln. Ich mach kurz noch ein bisschen Auge. Ich hab nichts mehr. Doch, ich hab noch zwölf. Ja, in der Kiste ist auch noch was drin. Oh ne, hier ist ein großer Vogel. Oh mein Gott, ich will weg! Ah, er kommt! Hilfe! Dein Finanzamt! Ich grüß dich! Was ist das für ein Name? Äh, jedenfalls... Ne, ich glaube anstatt dem Speer solltest du lieber mal für ein Ding sorgen, oder? Für einen Bogen und Pfeil für... Hab ich den! Hatte schon, Idiote! Für... Für Pfeile brauche ich leider Kunststoff. Oh nein! Plastik! Oh nein! Du hast einen Speer drin, wenn du möchtest. Geil, dann schmeiß den anderen weg. Ist ja eh schon kaputt. Oh cool! Oh, hier ist ein Lama! Lama?! Jaaa! Ein Lama! 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 Langweilig... Okay, ist trotzdem ein Lama! Und anderen! Und Mangos! es ist eine kiste und die waren scharniert war schon jemand drinnen meine achse ist kaputt hallo ich habe gerade geguckt ob hier irgendwo noch und stoff rum schwimmt aber feine für die machen kann ich suche gerade ein pups fisch einzigen krisse mit dem bogen oder was ich hab sechs pfeile habe ich bloß kommt das bisschen knapp weil das sind ja nur die stein pfeile metall pfeile brauchst du nur drei stück glaube ich und das weiß ich nicht die sechsten doch ich weiß es noch ist ich habe nämlich 50 stück erst gemacht ich hab nur ein bisschen angst vor dem fochel der fochel oh nee da ist er also 1 putschiff habe ich gefunden muss nur noch umliegen pfff pff pffm pff pff pffm pff pffm 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 Oh Leute, ich war gerade unter der Map. Wie heißt das denn, oder? Keine Ahnung. Durch die Wellen wahrscheinlich. Oh, wie er aber auch nix rumschwimmt, ey. Kein Dreifug. Oh, nix. Oh, nix. Oh, nix. Oh, nix. Oh, nix. Oh, nix. ja 1 vogel und nein geh weg von mir fisch als pups fisch gefunden ja der schwimmt mir hinterher ich hab den vogel weg pups fisch wenig doch so platzt die machen eine echt widerliche grüne wolke unter wasser ich hoffe er ist weg wir wollten nämlich eigentlich nur ein bisschen was einsammeln ist aber auch kein treibgut kein treibgut ich habe auch schon geguckt dafür müssen wir noch ein bisschen treiben aber ich brauch doch kunst wenn ich so blöd an der karte hin geblieben werden werde auch nicht geplatzt der blöde fisch mann voll der kack shit happens dann ist es der nächste fisch jetzt bin ich voll sad nee sad wäre ich wegen dem seltenen ich glaube ich habe kunststoff ich glaube ich da schwimmt da schwimmt was wie viel kunststoff brauchst du sechs stück ach du scheiße ich kann aber gucken hier brauche ich sogar noch ich habe noch zwei im imbeltag ok eins habe ich ja zwei ja da hinten schmuck noch mehr hauptsache der hai frisst mich nicht ich habe auch noch einmal kunststoff oh ich bin ganz viel mit also was heißt ganz viel auch so ein bisschen die ziege ist halt einfach immer noch mal trinken läuft bei ihr jetzt komme ich aber zurück zwei hast du noch hast gesagt drei habe ich ja ich habe auch noch einmal gefunden ich bring dir zehn ich mal gemein sein die gemeinden sein dieses spiel zeigt werft euer plastikmüll ins meer oh nein was denn ich sehe nichts mehr ich hoffe du kriegst ein plastik jetzt noch bist du fast tot aber ich habe keine brille mehr auf ach ach du kannst folge einfach der stimme kappa oder 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 ah der hei kommt ha ha es wird tag und stoff jetzt habe ich zwölf pfeile also wenn es diesmal nichts wird dann weiß ich auch nicht ich habe den nicht kommen sie ich habe den gehört haben ja beinahe in den arsch gebissen mehr mehr heine lobe So, wer ist auf Pupsfischjagd? Ich hole mir jetzt die fescheste Kadekappe der Welt. Nice. Wofür brauchen wir den Pupsfisch überhaupt? Achso, wegen dem Pulver. Das Pulver, genau. Da brauchen wir aber ein paar mehr von. Eins nochmal forschen und dann noch ein paar mehr, ne? Ja. Vielleicht habe ich Glück und der droppt gleich zwei. Das wäre gut. Vielleicht hast du auch Glück und der droppt gleich mehr. Ah, der böde Hai ist bei mir, ey. Ja, ich habe versucht ihn zu dingsen, weil er ist weggedingst. Er ist weggedingst. Weggedingst. Der böde Vogel ist auch hier. Toll. Hai, Vogel, Pupsfisch. Noch jemand Barzenschwein? Au. Ich komme. Ach, ich war gar nicht gemeint. Hilfe. Die machen mir ganz viel... Aua. Doof. Ja, bin ich. Hä? Aber eigentlich eher blind. Okay. Ah, warte mal da. Ich habe jetzt einen getötet. Du hast gesagt, du hast nochmal irgendwo einen gesehen? Ja. In die Richtung. Also in die andere. In diese? Ja. Okay. Ich komme mal mit, vielleicht kann ich es erkennen. Vielleicht auch nicht. Jetzt ist so die Zeit, wo der riesige Monitor auf meinem Tisch stehen müsste. Dann würde mich das gar nicht jucken mit der Brille. Sternendeuten am Tag. Oh nein, ich verdurste. Ich muss wieder zurück. Ich muss umdrehen. Ich habe Melonen. Ich habe auch noch, aber die wollte ich eigentlich für dich aufheben. Ich kann doch Plastikbecher nutzen. Na, wir haben doch jetzt so einen großen Behälter. Den müsst ihr nur immer schön füllen. Okay. Na. Is ruhig. Gein dir. Hm. Oh, jetzt weiß ich noch nicht. Wo genau das war. Lissi ist so still. Lissi, bist du noch dabei? Ja. Ich glaube, das war hier irgendwo. Tricora. Ja, da ist er. Hier ist er. Ja. Da schwimmt er. Ich habe einen von deinen Pfeilen aufgenommen. Nice. Huch. Sie haben halt leider beide nur einmal Pulver getroppt. Aber naja, das ist ja nix. Besser wie nix. Eins auf jeden Fall zum erforschen. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Besser wie in die Hohle Hand gekackt. Ist, glaube ich, noch eine Kiste. Warte mal. Hallo, ist hier noch eine Kiste? Hier unten ist eine Kiste. Uh, zwei. Ja, genau. Sag ich mal. Oh, und jeder Menge Erze. Ist ja geil. Und ich ersterbe, meine ich. Äh, ersterbe. Oh, zwei Rezepte. Was für eine Rezepte? Äh, Früchte, Kompott und Deluxe Welts. Deluxe Welts habe ich auch. Okay, da schmeißt Deluxe Welts gleich weg. Habe ich hier zwei Bolzen und ein Scharnier. Ich habe keinen Platz. Ich habe noch einen Platz. Eins Platz? Eins Platz. Nehme ich das Metall hier mit. Oh Mann, wenn das Zeug nicht so tief wäre. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5 Stück sind da unten noch, die ich sehe. Oh, 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 oh. Also nochmal kann ich nicht runter tauchen. Ja, ich habe einen Timer gemacht. Ich habe gerade einen Stein ins Wasser gehofft. Tschüss Stein. Tschüss. Jetzt schaffe ich. jetzt schaffe ich jetzt schaffe ich werde nicht muss mich einsam bewiffen dann hast nicht so tief zu tauchen na der Trophic 18 erze in der haus da 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 sehr schön hallo Ziegel hallo Ziegel so meinetwegen können wir wieder fahren jetzt sprach der Forscher und sprang in den Mixer die Badekappe ist so gut ich will die nicht dem du die ja hehehe hehehe ich hatte noch nie so früh einen richtigen Anker ich hatte noch nie einen richtigen Anker bevor ich nicht einmal ringsrum die Fangnetze hatte jetzt hängt noch nicht eins 3 habe ich schon in der Tasche ich weiß gar nicht was ich dafür noch Planck und Seile oder nicht oder was noch Anker Seile und Nägel aber davon haben wir einiges noch in der Tasche irgendwo drin hier sind noch Nägel die Seile ist auf jeden Fall aber auch überall in der Küste aber alle Seiten wie Seile oh das wäre schön du nicht Lizzy oh ah jetzt habe ich äh neun schon aber ich brauche erstmal die Taschen voll mit Zeug sei weil die müssen ja auch gleich eingerahmt werden sonst frisst die auch gleich das erste mal drauf ist ja immer das wertvolle beschreit ist denn so äh 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 ähm da war ein geist die schwöre misst ich da die ganzen aufglauben hehehehe oh da war ein Paket drin halt Toolpaket Zwei Spülpaket hab ich sogar schon uh oh was ne oh Geil die bau Mädels die bauen wir hehehe sei voll die Verschwendung brauchst du einen Bolzen für aber let's gooo hehehe 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 Geil Geil jetzt brauche ich nur noch einen Fernseher hehehehe 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 den Fernseher hat der schon Richtig da wohn' ich schon wieder ne Insel ich will mal fahren ehehehe Hehehehe Na jetzt ja eine Insel Hehehehe Hehehe Aber die Insel hat nur einen Berg. Geht so nicht. Achso, Entschuldigung. Ich bin gefallen. Können wir ein Beet bauen, damit die blöden Möwe vorher kommen? Ich will die töten. Brauche ich nur Holz. Ich habe drei Stück. Hilft ihr das? Neue. Nur das, was ich nicht habe. Muss ja kein großes Beet sein, so ein kleines. Reicht ja, ob die scheiß Viecher kommen an. Reicht dann nicht auch sogar schon ein Nest? Stimmt. Aber auf die Beete sind die mehr geil, als auf die Nester. Wir brauchen Holz und der Hai macht hier alles kaputt. Sauli. Ich habe ein Beet gebaut. Ja. Das ist ein Steck bestimmt voll mit Holz und alles. Ich habe doch sachlich erfolgt. Ich habe doch sachlich erfolgt. Ja. 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 ich kann dir was geben sie bunkert einfach alles hab ich habe ich geboren ich sterbe jetzt in der badewanne ja danke im alive weiter geht's und sie auch gerade eventuell ist ein heiß ein high grad verhindert aber nur event und hier ist ein toter ja das ist auch noch der kopf drin und den kann man liegen lassen ich sterbe gleich ich so ja ohne mist ich hatte noch nie so viele ressourcen am anfang bei so einem kleinen floß keine ahnung wie wir das geschafft haben wir sind halt gut profi obdachlose auf dem meer oh man können die nicht schneller braten jetzt hatte ich mir bei meinem gemüse auch gedacht fast gestorben dann hat lizen mich mit high gerettet ja so viel jimmy glitchy zeug in der täsch und der high ist dies und hier liegt jetzt nur noch ein kopf und Oh Mal Lissi Sorry, das war unsere Reaktion Oh, wild Lissi, hast du noch Holz? Äh, drei Na Das bringt mir leider nichts Nö, der Heiter schwimmt ja noch so tot rum Achso, dann habe ich einen anderen Haikopf gesehen Keine Ahnung, wo der herkommt Ich kann mir keinen Haken bauen Wie viel Holz brauchst du denn dafür? Vier Ich habe drei Ich habe auch drei Oder einen, dann mache ich den normalen Das wäre ja blödsinnig Bestimmt Von der Masse Ich habe jeden Fall Ich habe den Ich bring dir Holz. Weil Lissen so viel Holz hortet, steht bald an jedem Baum Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Was macht ihr denn da? Regentanz und deswegen regnet es? Hier wirfen Holz. Da. Ich habe es hier hingeschmissen. Hast du es gekriegt? Nee, ich sehe nichts. Bei mir ist es ja nichts. Es ist unter das Boot gebackt. Hopps, geholt. Da. Wieder unter das Boot gebackt. Jetzt ist es auf dem Boot. Jetzt ist es unter dem Boot. Ich sehe das gar nicht. Ich wusste das. Jetzt ist es glaube ich weg. Nö, ist weg. Hä? Wild. Das war's mit dem Holz. Anker nicht töten. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Plastik. Oh, da sind sie. Hast du sie? Ja. Magische Art und Weise sind sie zu mir zurückgekehrt. Wuhu. Kann da nur einer rein? Ja. Kann da nur einer rein? Kann da nur einer rein, Alter. Ohne riesen Wandeln kann nur einer rein. Genau das, was man braucht. Mitten auf dem Meer. Es gibt nichts außer Wasser. Das erste, was ich denke, ist, ich brauche eine Badewanne. Wuhu. 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 Ah, der Hai ist wieder da. Grüß dich. Hast du den Anker mit Absicht geworfen oder versehentlich? Ich habe gar nichts gemacht. Wobei der gerade runterging. Ich habe meinen Haken benutzt. Oder vielleicht Lissen beim Aussteigen aus der Wanne. Das kann sein. Au. Huh? Unger, junger, junger. Nee. Ah. also ich hätte neun solche sammelnetze im inventar die wir dann verwenden können aber es wäre cool wenn wir erstmal eine freie holz hätten und die dann zwischen klemmen kann also russboden könnte sogar eine insel sein mit matista oh nein es ist auch noch eine insel mit zwei bergen let's go So, mit. Oh, her da mit. Oh, her da mit. Oh, die anderen, dann ist es fertig. Ohne, dass so ein Kackvogel kam. Doch, da war schon einer. Nee, es kam einer. Aber die sind nur reingesprungen. Ja. Ich war zu Glück. Ich guck nach Kiste. Ich guck nach Kiste. Ich guck nach Kiste. Lissens spielt Köder. Ist leider keine Kiste drauf. Melon. Au. Aber Melone. Ja. Hey. Au. 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 Näin, das war einer zu viel. von dir nur axt ok anste nur axten das ist gut ich stehe jetzt sowieso kurz auf und dann hätte ich noch maximal bis halbzeit ja warum nicht was wir auch ganz gut also bis gleich in die kiste gefunden ließen die angerammelt ich angerammelt oh no Untertitelung des ZDF, 2020 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 erwischt neues aber feder sammeln für die stärkeren hier hast du deinen stein fall wieder bei mir lag der beim grünen ist das schön wie sich das hier alles sammelt was man nicht mehr so viel und gleich wieder ein vogel würden schon wieder kreisen hier vorne ist schon wieder eine kleine insel wie zwei bergen lissi sieht nach ganz klein aus ja ganz flach also nicht so der vogel also ja da ist schon weg ja das brot muss breiter viel weiter 18 meter breit 800 meter breit mein nicht damit man es noch gut steuern kann richtig drei vier fünf sechs sieben acht neun und und jetzt das damit ich 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 es ich Okay. Und wohl der Heiler. Eine Sache habe ich auf jeden Fall gelernt. Wenn man anfängt, die Dinger mit Metall zu ummanteln, wollte man von der Mitte nach außen gehen. Echt? Ja, weil ich habe das bei meinem Boot komplett außenrum gemacht, weil ich dachte, dann kommt er nicht mehr. Dann fängt er an und beißt einfach in der Mitte. Oh. Dann knabbert er einfach mitten raus. Wow. RIP. Ist ja auch richtig angenehm. Ja. Das ist auf einmal so ein Loch. Am besten erst mal um den Anker. Ja, bestimmt. Kann er eigentlich auch komplett zerstört werden, wenn Grace da knabbert? Bestimmt, warum? Ja, ja. Alles, was, sobald er da unter... Der braucht ja hier die Planten. Ja. Dreimal drei. Wenn der eine davon wegmacht, ist der Anker Schrott. Uff. Da, eine davon wegmacht. Hm. Okay. auch eine ganz flache insel die Hinge-Mata yoohoo Oh Frage mich, ob dann irgendwann, wenn man alle Rezepte hat, überhaupt noch so Päckchen droppen? Bestimmt, oder? Nee, die droppen dann nicht mehr, wenn du alles hast. Ja schon, das sind dann eher die Pläne und Rezepte, die weiter trotzdem droppen, wenn man sie hat. Ja, die Rezepte, ja, aber die Dinger für die Möbel nicht mehr dann. Ja. Kurz ankern, kurz drauf springen. Da ist nichts weiter, oder? Die Melone ist echt da. Nichts Spannendes. Nichts Spannendes. Okay. 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 Gut. Okay. 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 Wohooo! Ba-di-bam-di-ba-di-do! Budge Toda-di-bam-di-bam-di-ambirs So, das wird die Breite, würde ich sagen. Dann ist es, ja, dann ist es 19. Ja, kann man machen. Ich glaube, dem Heil gefällt es nicht. 19 breit. Kann man auf die Länge 17 von den Dingern ausmachen. Von den... Ja. Genau von denen. Ich will den Namen hier ein. Witzen. Ja. 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 Die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Guck. Ja. Ja. Eine. Ist voll korrekt. Und mit Teppich. Desi? Ja? Hast du jetzt mal Gedanken lesen? Gruselig. Ey, bauen wir auch so richtig schön hoch und so? Ja. So schwimmendes Haus? Ja. Bin ich gut. Obwohl der sowieso auch mal mein Floß eigentlich zeigt. Mein privates. Du bist da schon so lang dran oder was? Stimmt. Lass mich lügen, 60 Stunden? Nur in der einen Map, oha. Ja, mit mir selber halt. Weil, wie sie und Sachen hatten ja dann keine Lust mehr, jetzt ist die Story durchbauen. Und hab ich heute ein bisschen nur selber gespielt. Ja. Aber eigentlich ist es nur zum Testen, was alles möglich ist, überhaupt nicht zu bauen. Wir sind bloß einfach ein Kontinent. Tatsächlich sieht es aus wie ein schwimmender Marktplatz. Ich weiß Bescheid, was hier draus wird. Nein! Ich hab das halt ein bisschen... Nein! 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 Die Map von Natzen und Mia sieht aus wie ein Dings. Mississippi Dampfer. Ich? So in der Art, ja. Nein! Ich hab mit den Rohren noch nicht experimentiert und so. Ich hab halt nur das Standardzeug erstmal probiert. Erstmal Zeit damit. Ah, der Fino. Was? Der Rank hat Delfine. Ich hab sie nicht gesehen! Ich hab sie nicht gesehen! Mach die Augen auf! Ich kann nicht! Insel halt nicht! Was ist mit dir? Dente! Dente! Da! Da! Oh! Guck mal! Delfine! Oh! Das ist kein Delfin! Wie bin ich? Wie ist das? Wie ist das denn? Das ist ein Süssos. die zeit ist gekommen da gar kein plastik mehr im ozean schwimmt schon wieder die meere gereinigt zu diesen ort hier schon wieder deswegen egal wo holz sammeln kann ich jetzt müsste hier nur obwohl ihr das ist eigentlich ganz gut das eine ding muss dann hier noch ausgeknüppelt werden also er und holzdinge wenn jemand eine axt hat dann später wieder ja sowas baue ich nicht der fingvogel ist wieder da der bums schon wieder das gemüse sagen nur der wahrheit und dies kommt doch noch der heim bin ich hab uns da was anderes auch mal jetzt recht und gar nicht aufsammeln und der liegt da ist einfach so wenn er müsste die ganze zeit noch an am packen der ist tot der liegt da jetzt rum nebete nicht aber ich habe aufgesammelt alles aber dann sind die flügelschenkel um ein inventar ist auch voll ja die fehlen gerade davon tschüss federn ich habe sechs stück ach ne moment ich habe ja hunger ich durste ich habe aber das kann ich ja direkt mal wieder das ding ganz auffüllen ja guck ach du scheiße das ist schicksal dass wir an der insel hier sind ja machen willst du genau oh nein wir haben die insel oder auch nicht ja doch ich finde ich finde dafür dass also ich fühle ich fühle mich jetzt nicht gerust ich finde nur unglaublich wie viel zeug wir haben obwohl dann floß halt noch nicht weißt du wie ich mein das ist doch schön ist nur ungewohnt weil wenn ich zum beispiel nutzen spiele wir fahren erst mal drei stunden nur fahren nur fahren sammeln erst mal grundgerüst jetzt erst mal alles fertig machen und dann mal los immerhin steht ja schon eine pano mann also erst mal spielen wir durch dann können wir bloß bauen ja aber story technisch noch mehr noch nichts gemacht haben ja das stimmt wir brauchen meinetwegen auch noch lange kein story technik krams machen bis wir so dass das floß auf jeden fall schon mal fertig gebaut haben zumindest schon mal in der größe dürfen darf sich damit räume austoben oder so anbauen können wir immer noch aber ich dachte jetzt erst mal so auf die größe ich gut eigentlich muss ich ins bett und das nur weil dente vorhin entschieden hat dass morgen motor ist sonst dürfte ich wach bleiben ich kann auch entscheiden dass morgen sonntag ist wenn dir das lieber ist aber ich weiß nicht was dein chef dazu sagt morgen ist einfach sonntag ist gut apropos morgen bist du morgen wieder da ich bin morgen wieder da ja morgen abend hätte ich auch noch mal zeit hört sich gut an so dann mache ich jetzt hier auch schon schalus schalus weichern ist gespeichert alles wird dunkel alles wird dunkel so freunde das mit dem mit dem raften das wird kein fester tag das machen wir immer dann wie wir wenn zeit hat dann gibt es recht und wenn der monitor da ist gibt es abends außer an rev tagen hier dings ja welle rennt auch fortnite also schießen abends kam es schießen abends kam es nicht gut montag arbeiten dienstag frei mit verarbeiten donnerstag frei freitag arbeiten samstag frei das heißt du kannst morgen abend lange wach bleiben krümeln hier mit dem stream wie heute hast wo in etwa langsam werden wir auch warm ich finde das gut erste einstiegsrunde fand ich in ordnung im raften da wird noch lustiger ich sehe es kommen das niveau wird noch sinken hauptsache der draft nicht aber das niveau war schon sehr niedrig oder war denn das bei niveau geht es immer noch ein stockwerk niedriger so und in der sonne mädels jungs waschee guter nackt und so und jetzt zum ersten mal ich weiß nicht mal ob die real sind die credits und alles weil ich habe das ja gar nicht auf der pc und so kam es ja alles nicht gemacht das heißt ich hatte auch die session und so nicht eingestellt aber egal das erste mal seit ewigkeiten credits fachee bis zu enden sagen sie tschüss tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020